und damit willkommen zurück in der höhle drin habe sie gerade ganz unglaublich anschaut weil ich eine bogen auf die heizung gelegt habe wo die liegt die aber jetzt nicht verscheucht habe sondern einfach mich daneben gelegt habe das ist ja wahrscheinlich gerade alles ein bisschen zu dünn hier naja katzen so dann können wir erst mal die nächsten zehn schienen legen wieder so und dann erst mal hier die kohle einsammeln wird sich ja wieder lohnen und das lohnt sich übelst ja ganz schön sogar da oder wieder mal ein raus ja da oben ist ja gleich noch mehr okay das heißt jetzt aber auch dass wir hier den koppel gleich mal wieder da lassen können um die löcher zu stopfen aber natürlich das zeug immer fort mitschleppen weißt du okay so die nächsten zehn weil ja es wollte ich nicht ich weiß gar nicht ich hätte zwar sagen können jetzt bis wir die schienen aufgebraucht haben oder bis wir die spitzhacken aufgebraucht haben oder 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 ist aber beides glaube ich noch ziemlich lange ich weiß es nicht mal gucken weil die transport lore die ist ja auch schon wieder voll ich muss ja dann auch noch platz im lager haben beziehungsweise im inventar dass ich das dann alles noch mitnehmen kann glaube ich eigentlich nicht so einfach so lange wie ich jetzt nichts irgendwie finde um hier gerade den ganzen koppelstunden das zeug was ich jetzt noch so mitnehme by the way äh loszuwerden so redstone also müssten wir eigentlich erst mal mit die schienen verbauen das ist alles nichts ja das sind schon noch ganz paar blöcke bis wir dann durch sind na damit also gehen wir erst mal weiter wieder redstone fünf und diamant diamant ist natürlich schön 3 ja da sehe ich doch da haben wir doch schon mal mindestens wieder vier diamanten und ein höhlensound und ein höhlensound so erstmal alles drumherum wieder Lava höre ich glaube ich gerade keine also könnte ich die eigentlich so mitnehmen ja mindestens vier wie gesagt kann ja sein dass unten drunter auch nochmal zwei bis vier sind wäre natürlich noch schöner so eins zwei drei vier okay na gut dafür kohle pf sind wir nicht mal sind wir nicht mal mehr mit vier diamanten zufrieden jetzt was ist es ist so schlimm so den mist lassen wir gleich mal wieder hier auch und das auch so so na immerhin okay können wir die nächsten zehn schienen legen wieder zack 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 und natürlich wird es noch mitnehmen die gelingen schon level 35 das läuft und noch mal redstone sind ja die nächsten 1 ja schauen wir mal wohin die reise als nächstes geht ein bisschen geduld müssen wir unten noch haben ein bisschen wie gesagt es zieht sich dann eben immer so diese vier mal vier blöcke wegzumachen werden wir keine mineralien finden und zwischendurch immer was finden oder mal wieder eine höhle auftaucht oder sowas ist das alles auch schon ganz geil aber zwischendurch wäre eben jetzt lava auch mal wieder ganz geil weil sonst ist das inventar recht schnell voll jetzt mit cobblestone können wir davon nämlich auch nichts mehr mitnehmen zumal wir jetzt eben uns auch so auf die diamantspitzhacke eingeschossen haben dass kein inventarplatz mehr nachrutscht man müsste eben auch mal wieder so eine eisenspitzhacke nehmen dass man wieder ein bisschen platzfrei wird oder ich mache eben erstmal auch beispielsweise gerade am überlegen beispielsweise ich gehe erstmal so weit nach vorne dass die schienen aufgebraucht sind da hätten wir nämlich auch wieder ein bisschen platz können ja erst noch mal zehn gehen zack und zack und dann könnten wir sagen ich gehe mal so weit nach vorne naja eigentlich auch quatsch äh können wir ja eh also eins zwei drei vier fünf drei vier fünf fünf so hier wieder Fackel zack so das bringt aber auch nicht so viel jetzt eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und das und das so naja weil das ist nämlich jetzt gleich wieder instant mit cobblestone gefüllt nützt uns also auch herzlich wenig also machen wir erstmal ein paar eisenspitzhacken noch mit schrott wie gesagt bis wir das nächste lavabecken finden dann können wir erstmal wieder ein bisschen Verbrennerino machen hier und dann mal sehen wann wir zurückkommen und wie viel platz wir dann noch haben und wie viel platz wir brauchen gut dass wir die güterlohre haben sonst wäre das inventar schon längst voll auf der anderen seite guck mal wie viel spitzhacken wir gerade aktuell da drin haben das ist halt auch übertrieben gewesen ein bisschen vielleicht übertrieben aber naja gibt schlimmeres ne so inventar ist trotzdem voll reißen wir jetzt wieder eine spitzhacke auseinander und sobald die auseinander gerissen ist sammelt der direkt wieder 64 cobblestone auf die jetzt hier gerade so rumfliegen wie das drehst und wendest wir kommen einfach nicht weiter das müsste sich jetzt bald mal wieder was auftun so zumal die lore inzwischen auch schon so weit wie da hinten ist ich müsste hier eventuell hier mal ein kurzes ding ins reinbauen damit ich die mal ein bisschen hinterschieben kann wenigstens denn das ist ja schon wieder so weit weg sind ja schon wieder so weit gegangen hier mittlerweile so fahrt mal bis dahinter freunde hilft ja doch nichts okay wie sieht denn das ja aus in der güterlohre selber bleibst jetzt stehen hier komm war voll diamant können wir ja nochmal das können wir ja mal ein bisschen stapeln hier ja aber alles andere ist dann wirklich voll naja nur um jetzt noch mehr cobblestone mitzunehmen weißt du diesen nimmt dann nämlich jetzt gar nicht mehr weil auch voll müssen wir mal so machen kann ich das dann nämlich auch erstmal noch in die kiste reinschmeißen weil da hatten wir ja schon ein bisschen angefangen mit eisen lassen aber im gegenzug gleich mal wieder das hier und das hier so flupp so und trotzdem krieg ich immer wieder diese höhlen sounds hier aufs ohr gescheppert hier muss irgendwo noch irgendwas sein Frage ist eben nur wo kommt vor uns wieder irgendwas oder ist irgendwo was neben uns was wir nicht finden jetzt vor schreck während ich hier mal die kohle noch mit rausreiße so jetzt sind wir ja zumindest schon mal ein bisschen weiter gut die nächsten 10 hier 5 so was haben wir da erstmal nix der seite auch nix gut bisschen redstone ja ok und bis dann ciao ciao